Kapazitäts-Upgrade Washingtons Schlachtschwert-Replikat Marie der Enter-Fußpistole Seemannsbeil Steinschlosspistole der Royal Navy Lincolns Schwert Wenn das Replikate sind, dann gibt es hoffentlich auch die Originale Alkohol Das könnte ich Hasenpfeffer Gut, ich könnte aber theoretisch Ne Hier, Fässer kann ich Fehlende Ressourcen Okay Dann mal zurück Ich habe das noch nicht so ganz gepeilt Aber egal Ach das ist was ich bei mir habe Ja komm So Und los schicken Nächsten Konvoi Belade ich natürlich auch direkt Der hat nur Bienenwachs an Bord So Und los Gut Das hätten wir Dann können wir mal eine Runde shoppen gehen Was kann ich für euch tun? Ja da gibt es sicher einiges Gucken wir mal bei den normalen Waffen Normale Schwert Ah Offizierschwert voll langt das Ding Ah es sind alle schlechter eigentlich Gewährschaft Keule Okay Assassin Tomahawk Das ist ja das was ich habe Stein Eisentomahawk Macht weniger Schaden Eisendolch Langendolch Das Enterball Ne Eines davon ist auf jeden Alter das kostet 750 Und das kostet Obwohl das im Prinzip noch besser ist sogar Feuerwaffen Doppelläufige Pistole Beide läufige Lahn Kann man damit zweimal schießen Gekauft Ups Selvenpistole Klingt auch eigentlich ganz geil Pitcairn Putnam Pistole Verbrauchsmaterial Jawohl eigentlich nichts Monturen gibt es neue New York Montur Gekauft Baltimore Gekauft Philadelphia Gekauft Karten Zentralbostentrun Grenzlandtrun Ganz wichtig New York Trun New York Trun Lexington Federn So Jetzt haue ich mein ganzes Geld Hier wieder auf den Kopf Black Creek Schaffe ich noch hier Johnstown Federn Almanachseitenkarte habe ich Und Klunkerkarte habe ich auch Gut Das wär's Habe ich jetzt auch die neue Pistole Ausgerüstet Uh Hat Stil Hat Stil Durchaus Ähm Ja Würde ich mal sagen Ab nach New York Ne Wie sieht's denn jetzt hier Mit meiner Pistole aus Jawohl Hab sogar die Doppelläufige Geil Nice 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 Oh da oben ist noch eine Truhe Die hab ich völlig vergessen Ja da muss ich natürlich jetzt erstmal hin Führt kein Weg dran vorbei Das heißt ein bisschen reiten Ich reite da hin Die Frage ist jetzt nur Ähm Ist die Montur Die New York Montur Trage ich die jetzt immer in New York Oder Ups Womit Ich weiß nicht wovon der spricht Ich freu mich schon auf die doppelläufige Pistole Die auszuprobieren Wird bestimmt spaßig Okay Ich muss mal kurz Aufnahme neu starten Weil ich glaube Da war gerade wieder ein Leck So Aufnahme neu gestartet So ein kurzer Leck Ich weiß nicht ob der Ist jetzt wirklich Einer der war Der für diese Verzögerung sorgt Oder einfach nur Irgendso ein 0815 Leckt Nein Ich muss aufhören Leertaste immer zu drücken Das bin ich noch gewohnt Schneller Sprint Aus dem ersten Teil Und so Schloss knacken Oh ja Oh ja Nach links und rechts Na Jawohl Da haben wir es Kommen jetzt gleich wieder So 7500 Und dann haben wir wieder 8000 Seife bekommen Oh geil Silberringe Okay Schäferpfeife Magenarzneimittel Werkzeuggürtel Alter Schwede Tischlerwerkzeug Puma Anhänger Zitre Spielzeugpuppen Und 750 Okay Da war ja mal ganz anständig was drin Ich will mal kurz gucken Habe ich jetzt hier Diese Schäferpfeife Ne Okay Ist also Nichts was ich so verwenden kann Gut Dann würde ich sagen Map Und Da gibt es eine Truhe Und direkt daneben Ähm Noch was anderes Scheiße Was war das Aussichtspunkt Und Befreiungsmission Genau Alles auf einem Fleck Da muss ich da nicht so viel laufen Kann ich gleich mehrere Sachen Mehrere Fliegen mit einem Schlag erwischen Auf einem Schlag So Zocken will ich nicht Das Äh Ich kann die Spiele Sowieso nicht spielen Ostbezirk Ja noch gehört es Den Templern Noch Ich dachte hier konnte ich Ich bin euch so Irgendwie nicht Ja lauf weg Und die jetzt alle von mir ab Scheiße Glück gehabt Jawohl ja Ja Und tschüss Oh verdammt Scheiße So Runter damit hier Jawohl Ja Daraus wird nichts Ach nee Nicht wieder so ein Dickie hier So Probieren wir mal die neue Pistole aus Jawohl Klappt doch gut War ne gute Investition Und braucht nicht mal viel länger Zum Nachladen Von beiden Leuten Und tschüss Junge Jawohl ja Sehr gut Haben wir hier Befragungsmission erledigt Können jetzt Können jetzt Können jetzt in aller Ruhe Das Schloss hier knacken Nein Ach komm Das ist aber auch Beschissen hier Alter Ich hab da nicht mal Was gemacht Rekrutenauftrag Erfolgreich Ach Fick dich Doch In den Arsch Ach komm Ich bewege die Maus Nicht mal Jawohl Geht doch Alter Schwede So Hoffentlich war es die Mühen Auch wer 1250 gut Geht so Was mehr nicht Am Arsch Naja Muss man sich damit Zufrieden geben Hä Kann der da nicht Normal hoch Achso Ist so schräg So Ich will gerade mal Gleich kurz gucken Wenn ich oben bin Vor ich synchronisiere Am besten Weil ansonsten Jump ich danach Und dann vergesse ich es wieder Ähm Da stand eben Neue Auftrags Oder ne Neue Attentate Oder so Freigeschaltet Will ich gleich mal Kurz gucken Ob das Missionsmäßig Gemeint ist Oder Ja Missionsmäßig Ich gut Sehr schön Sehr schön Sehr schön Dann geht es mal Abwärts Hier Ne Und nebenbei Wird ein Blick hier Auf die Map Geworfen Da drüben Ist was Da ist was Da ist direkt Noch mehr In der Nähe Wird erst mal So Hier lang Juhu In einer schönen Drehung Rüber Hat doch Stil Oh Siedlungsmission Kann ich hier auch Gleich machen Sehr nice Da oben ist die Einmal nach Seite Noch vier Klunker Dann hab ich Hinkebein Hier Ja Runter da Vor allem Oh Okay Den wollte ich Eigentlich gerade Killen Naja Oh Ich bin im Sperrgebiet Böser Junge Rauchbomben Hat er dabei Sich Und noch Zwei Kugeln Ja Der kann mal Fertig nachladen Hier gerade So Das wäre erledigt Was haben wir denn Hier auf der Karte Eine Siedlungsmission Genau Machen wir die doch Einfach mal Siedlungsmissionen Sind immer gut Jetzt hab ich die Natürlich nicht genau Markiert Sondern voll Daneben geklickt So weit war das Aber nun nicht Aber gut Sei es wie es sei Schon unterwegs Was geht ab Okay Warte mal ganz kurz Nein Schuss abbrechen Den damit Nein Jawohl Alter Wie der weggefetzt wurde Da ne Nein Schuss abbrechen Nein Schuss abbrechen Alter Schuss abbrechen Herrgott Headshot War das eigentlich So Fertig nachgeladen Sehr gut Oh Oh Sehr theatralisch So ich muss Ja sorry Ich muss mich hier kurz Um die Bimbus Gewand Oh das war sehr böse Böses So Dann helfen wir dir mal Ne So